Saddest Downgrades in FIFA. Boah, ich darf schon sehen. Bale, guckt euch diese Karte an. Guckt euch mal diese Karte an. Es wird nur noch so eine schöne, traurige Musik rein. Fallrückziehertor. Boah. Oh mein Gott, Hazard, 91 Tempo. Junge, Hazard war bei Chelsea die größte Maschine. Wäre da geblieben, Freunde? Was meint ihr, was aus dem geworden wäre? Vielleicht hätte er ja noch ein Ballon d'Or gewonnen. Boah, Salah, 91. 85. Boah, das ist echt traurig. Ja, okay, Marcelo. Marcelo kann man sich übel nehmen, Leute. Marcelo ist schon so lange am Start. Und der hat, finde ich, ganz normal einen Downgrade bekommen. Über die Jahre. Götter zu, Digga. James Rodriguez, dieses Tor bei der WM. Der Typ hat danach auch nichts mehr wirklich gerissen, ne? War okay. War okay, sagen wir so. Boah. Rakitic, 87er. Ivan Rakitic. Ja, Leute, jeder hat mal seine Prime, ne? Aber Hazard, ey. Boah, einfach non-rare. Einfach non-rare, Alter. Wir müssen verwenden. Wir wollen hier leben.